Ich habe gar nichts gemacht, ich habe gar nichts Falsches angestellt, denn ich habe erkannt, dass das Reale es so will und es anzeigt durch überwältigende Erlebnisse, diesen Weg gewählt zu haben, uns hinzugeben, diesen Eskapaden der Verinnerlichung und Veräußerlichung, der Ausdehnung der Hochspannungen bis an die überspannten Seitengrenzen und wir uns also genau gedroht dem hingeben können, wem uns der Weg gezeigt ist durch Ankündigung dieser eminenten Hochspannungsliste.